ja mann wo man sich jetzt hin auf den fick dich ich weiß es nicht ich bin einfach gesprungen du bist durch oder ich weiß gar nicht wo ich jetzt ach da oh gott ja was alter geschafft jammer aber ich bin nicht ins wasser gelandet und hier sind erst mal wieder ganz viele platten sauber ich weiß es nicht wie schon gesagt das ist neu das ist echt lässig okay das klingt nicht mehr so lässig erinnert mich bei der spiderman 3 als er dann böse war einmal der peter ja ja da 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 ich fliege nach oben und kommt zu den nubis rüber sie nun voll ab denn sie sind schlecht leck mich passiert sich geschafft weil er ein nubi ist und jetzt kommt rené aber er fällt wahrscheinlich bei dem schrug jetzt der sprung ist scheiß aber klar rené hat verkackt jetzt kommt pasi dran jetzt hat sie abgekackt pasi hat voll abgeschissen und ist total aggro rené ist am arsch pasi du bist schlecht du bist einfach schlecht pasi kann es schaffen doch er verkackt voll er hat es geschafft doch jetzt kommt der letzte sprung jawohl konzentration bei pasi pasi konzentriert hey 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 du darfst nicht mal eingreifen du darfst nicht eingreifen pasi schafft den sprung hoffentlich pasi du kannst ruhig springen von mir aus wenn du uns nicht ausmachen wenn du auch mal weiter gehst also die springe danach sind eigentlich easy pasi du kannst ruhig springen wenn du willst darfst du zu lange wartet damit du das jetzt machst rené jetzt kommen wir zu dir ja ihr könnt mich mal ich mach jetzt sprung nicht nochmal rené du kannst es schaffen ja los rené rené auf diesen sprung freust du dich schon ey jetzt der den kannst du schaffen 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 boah pasi pasi du kannst alter wieso sprung ey man man kann ja verkacken aber naja ah du hast dich nützlich gemacht oh oh was war das denn ey und habt ihr schon herausgefunden wie der sprung geht ich hab so ne kleine idee glaub ich bin mir aber nicht sicher den hast du grad auch ey flo ich hab da einen tipp für dich passen die fresse halt halt die fresse nur weil du es noch nicht geschafft hast du sie so erhält ja mal die leute besser als diese scheiße hier die Bekaner äh wirklich das ist keine unterhaltung ich glaube ich glaube da macht man nicht ich war das passiert aber das ja lieber den Scheiß getragen wir kommen quasi auf die Fresse und mich nicht das hältst du Mann der ist ich hab zu selbst ich hab zu zweit er hat nichts zu tun boah das ist jetzt nur wegen Passiner wollte ich mal sagen g ja ich versuche es aber du bist genau hinter ihm Und der DJ legt jetzt die Platte auf Jetzt kommt's Florian an Er singt euch ein Kleines Liedchen René Katzschaffen Und das Solo vom Saxophon René Hat gefamed Pazzi ist jetzt dran Pazzi kann es schaffen Und René auch Los René Ich hab's auch die ganze Zeit versucht Es ist die Chance deines Lebens Und er hat verkackt Pazzi ist jetzt dran Und hat verkackt Als ob das jetzt meine Schuld war Gute Ausrede Nur weil du's doch nicht geschafft hast Du Noob Du bist schlecht Irreschlecht Deswegen muss er leften Weil der voll aggro Berlin ist Oh yeah Nein der holt sich jetzt wieder ein Skin Irgendein aggro Skin Der wechselt sein Skin wie seine Unterwäsche Das ist so Pazzi bist du akro Berlin Was was man jetzt machen könnte Fassen Flash Benz Pazzi zockt Ja was ist das Pazzi Kannst ruhig kommen Jetzt schließt er die Map Flo 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 Oh Oh René Oh Ja Kannst du aufgeben Nee ey nach so kurzer Zeit Quatsch Oh Pazzi ist wieder am Start Arzt Ich muss jetzt einen auf großen Megamacker machen Apropos Ah sie ist eine kleine Schwurtel Die da alle 10 Minuten gehen muss Als mal René ist schlecht René ist schlecht Oh jetzt schweigt er Weil ich den Schwurtel bezeichnet habe Nee ich glaub Ahze wenn er schweigt dann kann er nicht sein dass ich scheiße singen Jetzt macht die Musik an Oh ja Da auch der DJ legt die falsche Mö Ja kann ich machen ne Ich nehme ja nicht grad irgendwie auf die Klo Ich schau mal nach Jetzt bist du raus Ey ich bin Sky Ja 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 Ich mein Wie kacke klingt das denn Was warst du da Ich weiß nicht das ist Das ist die Musik Das ist gruselig so Scheiße Ja boah los René Das ist gruselig Hey Pazzi hör auf Du Sackse Ey Pazzi hör auf Pazzi Du schlechter Loser Hör auf Pazzi Was ist das Schussproblem Alter Scheiße Alter der rennt Oh Gott ist das gruselig Was war das Total gruselig Ich trau mich nicht mal meine Füße auf den Boden zu setzen Pazzi hau ab du Loup Ich muss mich konzentrieren Ja dann springen Boah Pazzi kann doch auch mal Hör doch mal auf Ey wer nicht runtergeschlagen wäre denn da darf ich wieder Ja 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 Zauber Boah nee der ist jetzt eigentlich nicht so Boah Jetzt hier Holen Da Ja den Ja Ja Jetzt hier hin Der ist nicht so schwer wie er aussieht Er ist nicht so schwer wie er aussieht Hier Ja Ist der schwer Nein der ist wirklich auch nicht so schwer wie er aussieht Nein Wo Neu René Oh Hat sie verpisset Boah Boah ich brauche jetzt voll den grusel shit Ey ich gebe gleich auf ne das war jetzt Alter das ist total gruselig Ist so Wer hat das erfunden Gott wer ist denn so krank Oh Pazzi Los Pazzi Ha Da drauf Haha Ne Hahaha Schlag ihn runter Schlag ihn runter Was geht denn Pazzi Oh Pussy Ha Ist das gruselig Alter Boah stell dir mal vor Man spielt allein die Adventure, man macht das an Oh mein Gott Boah ich hab voll die Idee Flo Was denn Ich setz den Block wenn der springt Nein Das ist echt assi Das machst du nicht René So jetzt ist er ganz weg Hör auf René jetzt springen hat dich danach auch ein Rudel lassen René wir wollen doch mal weitermachen Sauber Oh Gott ist das gruselig Alter Das kommt auch nicht Das erinnert voll an Splenderman Der baut doch Blöcke oder Hat er gemacht ja Das war ziemlich gruselig Mach die Platte raus Mach ich jetzt auch Also wer das bei Minecraft erfunden Oh Pazzi bist du wieder hier unten Oh Wer das bei Wer das erfunden hat bei Minecraft der ist echt krank Ist so ich bring den um ey Hat Pazzi geschafft? Nein Pazzi bist du schlecht Sogar ich hab den Sprung Boah ey der Sprung Bist du schlecht Pazzi Oh ey Was ist das für einer Ja Ja los René Ich weiß ich wie ich den richtig anstellen Wie oft hat sie ihn jetzt eigentlich schon geschafft Dreimal oder so ne Hammer Boah und sowas beim letzten Sprung Das war ärgerlich Danach hätte sie quasi auf dem Fall aufgegeben Ja Da hatte ich keine Ahnung wie man die Sprung machen muss Wir bauen Jetzt verkack ich den ersten Also man hat auf jeden Fall wie dieser Junge oder hat der Typ bei der Schallplatte da Vorher was wegrennt Der rennt auf jeden Fall irgendwo weg Und dann irgendwann baut er mich zu Er baut sich glaube ich zu Ja irgendwie sowas Bestimmt wird er vollständig bei der Minecraft der Jagd Oder hier wo bohren Ja hier wo nein das war hier wo bohren Das war ich zu nerven Boah Ich hätte das aufgemacht ne Ja lass es doch zu Wieso Dex jetzt kommt hier hier wo ein rein oder was Ich laufe mal hier ein bisschen durch Was schickt die los ey Pass ist wie der bleidig geleberwurst Ich schreib mal im Chat was ist mit dem los Ich muss hier springen Dann werden wir es wohl nie rausfinden Oh Gott jetzt schreibt Pasi wieder Oh jetzt ist der nervig ey Ich bin keine beleidigte Leberwurst Wofflo Hä? Ha! 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 Nein! Aber ich hab glaube ich ne Idee jetzt wird Eiz Hier man muss echt So äh Seitwärter geradeaus eigentlich springen Okay Ich hatte Glück Also Ich hab keine Taktik verfolgt Ich hab einfach nur Schweine Geschafft Fünfmal Ein paar sie hat sich mal anders geschafft Zweimal passiv bisher Sauber Aber war noch nicht so weit wie ich Ich hab zwar was man nicht so weit wie ich Ich hab nur du bist durch Ich hab nur du bist durch Sauber Aber jetzt wo ich weiß dass ich jeden Spruch schaffen kann Was ich aufgeben ey Florian Mögen Was? Hast du Florian Mögen gesagt? Bist du Halk jetzt? Der ist voll doch mal Halk Halk spricht nicht so oder Halk sei behindert Tja Achja weil jetzt was to go on Wollen Ling Ling Halk ein Kuss geben Okay Halt sein sauer jetzt Halt sein jetzt Er traurig Wieso sollten Ling Ling Halk ein Kuss geben Kennst du bei Scrubs Flow die Halk Szene wo John Dorian zu Hulk wird Nein Diesen altbrotischen Hulk da aus den 90er Jahren oder so Nö Kennst noch diesen 90er Jahre Hulk Nein Da war einfach nur so Bodybuilder Typ Und den haben sie grün angemalt Oh Aber so richtig Richtig schlecht ne Ja Das ist ja der Witz wahrscheinlich Nein das sollte erz genommen werden Ja ok Wieso sollen die so ne fette Animation machen Das war noch ne schlechtere Schlechtere Video Qualität als bei 18 Schlechtere Julian Ja Vielen Dank.